Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute ist der dritte Tag hier in Willingen bei Bike Festival und heute steht das Enduro-Rennen an. Ihr habt ja gestern schon im letzten Video schon das Training und genau die ganzen Sachen gesehen. Und heute ist jetzt Rennen, wir sind ziemlich früh aufgestanden. Um 8.30 Uhr ist unser Start und ich nehme euch mit auf alle Stages mit der GoPro, weil Filmen ist erlaubt. Ich ziehe gleich noch meinen Full-Face-Helm an und dann geht's los. Ich freue mich schon mega aufs Enduro-Rennen, bin mal gespannt wie es wird und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns bei Stage 1. Let's go! Also ein Japaner hier mit in der Gruppe. Und auch die 201 ist mit dabei aus Japan. Und dann tratig geht es hier mit dem Hardtail nach oben. Also der Mann ist ja dann auf dem Hardtail unterwegs. Boah, jetzt geht's, Herze. Okay. Riders ready. So Stage 1 für euch. Gleich geht's los. Jetzt. Okay. Das war's. Boah! Scheiße! Nein! Boah! Achtung Danke Ah, jetzt kommt der Buh. Ah, jetzt kommt der Buh. So, Statch 2 für euch. Boah, das ist mal richtig geil. Danke Gabel, hast mich gesaved. Boah. 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 super danke oh nein oh 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 Dreck im Mund oh 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 z2 oh 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 Komm Niko, auf geht's, komm! 200 11 51 20 Gut, Spaß! Okay. Ungestoffen. Whoa. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, dir auch. Ja, ich auch. Danke. Ich bin jetzt schon mal hinter uns. Hundertstreck. Genau da das Loch. Sehr schön. Das ist schon mal hinter uns. Ja, wenigstens ist es so sanigermaßen trock. Ja, wenigstens ist es so sanigermaßen trock. Ah, geil. Ja, da habe ich die Line getroffen, die ich bauen wollte. Ich bin kurz hängen geblieben. Okay. 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 Da bin ich gestern hingefallen. So, jetzt kommt die schwierige Stelle. Geht schön langsam. Nichts riskieren. Scheiße. Jetzt bin ich denn da gefahren, ey. Okay. Ja. Aber wenn nicht. Okay. Ja. 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 Ich habe mich auch gestern geschürzt und auch hingekriegt. Achtung! Danke! Ich habe mich kalt rübergekommen. Die war geil gefahren. Da habe ich Zeit gut gemacht. Achtung! Danke! Ja, Mann! Ja, Mann! Boah, fuck, ey! Alter! Nico, check out. Let's estate. Hier kommen wir auch noch runter. Danke, Mann! Ja! Boah, scheiße! Oh, nee! Oh, nee! Ja, da ist einfach die Konzentration. Nix weg! Das kommt hier noch. Nix weg. Oh, nee, da ist ein bisschen, um. Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Ja Leute, es war das Enduro-Rennen aus Willingen, mein erstes, hat mega Spaß gemacht, bis auf die Versorgungsstationen, echt gut organisiert hier, da kommt der Nico, wir haben es geschafft, mega Spaß gemacht, und ja, ich bin geradeaus ins Band reingefahren. Du auch? Ja, ich auch. Ich dachte, du musst noch ein bisschen hin, das ist doch ein bisschen drin. Ich habe gedacht, das ist doch ein bisschen altes.